Herzlich Willkommen zum OSF Faktencheck, ein neues Format hier im Oda Spree Fernsehen. Gastronomie im Land, im ländlichen Raum. Gibt es in fünf Jahren noch deutsche Gastronomie im ländlichen Raum? Du kannst 30 Jahre gut sein, wenn irgendwas mal schief läuft und sagen, da brauchst du nicht mehr hingehen. Also wenn du dann nur 60 Prozent Kurzarbeitergeld kriegst, auch wenn du dann 80 Prozent nach der Zeit kriegst. Man muss schon ein verdammt starkes Stehofmädel sein. Und dass viele den Beruf gewechselt haben. Wo sind die alle hin? Gibt es darüber Statistiken? So und nächstes Jahr ist dann wieder ein Frühjahr und dann zeigt dein Kleid doch wieder die Sonne. Das war sozusagen der Faktencheck hier im Oda Spree Fernsehen.